Können Sie mal schauen? Ja, mal schauen, wie Sie in der Zeit haben. Siehst du da gerne ansehen? Ah, gerne ansehen! Wir sind im Oktober! Ja, da haben wir auch noch Termine und so, oder? Natürlich, ja. Andere Events oder Genossen oder so. 8. Februar. Ich weiss schon jetzt, was Sie haben. Sie haben sicher Wäsche. Hallo, ich bin Dior, Pre-Tour Tag Nummer 3. Heute sind wir in Chur. Das ist ja von all den Orten, an dem ich auf Tour bin, einer der weitesten Stopps für mich als Basler. Und darum hätte auch müssen wir in der Pre-Tour dabei sein, wo ich Menschen ein bisschen aufmerksam mache, dass ich zu Ihnen komme. Und wie man sieht, auch hier, Begeisterungsstürme. Es tut stärker, Freunde. Ich bisse tatsächlich. Jawohl. Beruhiget euch. Danke, danke. Ich bisse. Hey! 8. Februar ist es endlich so weit. Meister. Wir haben einen Kostprobe. Ja. Hey! Hey! Wahnsinn! Hey! Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich mal in der Chur spielen darf. Wo ist das genau? Die Kleibühne. Wo ist das? Altstadt, darauf. Dort. Weisst du, wo die Martins Film ist? Ah ja, dort. Weisst du, wo die Kreuzgasse ist? Ja. Äh, die Kirchgasse. E-Kirch, E-Kirch, E-Kirch. Wir sind ja hier in der Kleibühne. Und die heisst Kleibühne, weil sie nicht sehr gross ist. E-Kirch, 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 E-Kirch. Sehr ermutigend. Hahahaha! 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 Hörst du mir nochmal einen Witz machen? Über Zürcher zum Beispiel. Ja, in Zürcher Witz. Wollen wir auch in Zürcher Witz? Okay. Hey! Alles klar! Ich hoffe, ihr habt eine gute Pause gehabt. Vielleicht sind ihr aufs WC gegangen. Die schlimmsten Toiletten finde ich ja Zug-Toiletten. Oder auch Flugzeug-Toiletten. Ich habe früher immer gemeint, dass Flugzeug-Toiletten gleich funktionieren wie die alten Zug-Toiletten. Also machst du einmal die Geschäft und dann spielst du es einfach so runter und weg ist es, oder? Ich habe darum immer Glück, dass wenn wir im Flug gerade über Zürich flogen sind, ich dann auf die Toiletten blieb. Hahaha! Das heisst gut! Der ist gut! Der kann springen! Der kann springen! Der ist lustig! Der ist gut! Dann müssen wir ihn einfach rausschneiden für in Zürich. Nachher kommt der Ding! Ich weiss nicht, wie der Platz jetzt dort oben heisst. Der kommt in den Platz. Und dann ist das Rädtische Museum. Ja, du bist gut! Dankeschön vielmals! Dankeschön! Hahahaha! 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 Also ich bin Divertimento. Hier! Hier, oder? Ja! Und du bist schon verschieden geworden. Und ich bin gerade hier! Hahahaha! Hahahaha! Was ist denn so lustig? Hahahaha! Hahahaha! Früher war doch der Coiffeur unten zum Tisch. Ja, jetzt sind wir hier. Genau an dieser Seite gerade hoch. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Vielleicht etwa bis zum WLAN eingehen. Nun! Ich neuviere. Ich weiss nicht. Ich will das mal auf. Ich muss noch mal auf. Ich werd nicht festgestellt. Nein. Ja.